Hallo, 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 liebe Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Forest. Hier im Einzelnen, also Sons of the Forest. Ich sage immer The Forest, weil es ist Sons of the Forest. So, hier mit Becky. Hallo, Becky. Hallo. Hallo, du sehst schon wieder ganz anders aus. Ich finde es toll, dass du so gestaltwanderische Fähigkeiten hast. Ja, du auch. Du bist heute bei mir ein, du schaust aus wie Stan Lee. Ah ja, cool. Du bist dann ein Stan Lee heute bei mir. Richtig cool eigentlich. Sehr gut. So, wir haben in den letzten Folgen unser Haus erbaut. Das ist es, so erst mal so für den Moment. Und das ist unsere Schlafkajüte. Und das ist Calvin. Hallo, Calvin. Hallo, okay. Er so, nein, nein, nein. Er hat dich gerade so angeschaut. Er so, nein, nein, nein. Ich bin nicht Calvin. Und er so, okay. So, Becky und ich, wir haben uns schon mal im Vorfeld abgesprochen. Oh mein Gott. Achso, oh, nein. Was ist jetzt passiert? Was brennt da? Ich dachte, unsere Hütte brennt. Oh. Achso. Oh mein Gott. Ich dachte, das ist Gras, das brennt. Ja, ich war gerade mega geschockt, weil auf einmal hier die Seite angefangen hat. Ich dachte mir so, oh Gott, jetzt brennt unsere Hütte gleich ab, ey. Oh Gott, das blöde Gras ist am Brennen, ey. Ja, und jetzt ist der Mensch, den ich reingeholt habe. Ja, jetzt ist der Mensch. Also offenbar, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das ausgeschaltet haben oder ob das automatisch ist. Das Strukturschäden, ich glaube, das gibt es entweder nicht mehr in The Forest oder wir haben es ausgewählt, also Sons of The Forest. Mhm. Weil früher. Oh Gott, ich brauche es wieder da, schau. Oh ja, oh, sie bringt uns Waffen schnell weg vielleicht. Oh, ja, ja, oh Gott. Warte, wir lassen sie auf uns zukommen. Ja, sie hat was in der Hand für uns. Ja. Hallo. Servus. Hallo. Ich würde hier gerne winken, aber ich habe Angst, dass wenn ich was mache, dass sie weggeht. Hallo, na? Hat sie Alo in der Hand? Ja, schau. Oh, danke. Und weg ist sie. Sie rennt sie wieder weg. Ja, Alo in Vera hat sie in der Hand gehabt. Hey, das wird es nicht nehmen. Und weg ist sie gesprungen, da hinten rennt sie. Das ist ja super cute, dass sie kommt und uns Opfer darbringt. Ich finde es gut, dass du es ein Opfer nennst. Ja, was soll ich sagen? Sie impliziert halt irgendwie gleich so, dass wir die EU krassen Götter sind oder so. Oh, warte, da kommt sie zurück, warte, sie kommt zurück. Ja, bring mir auch Alo in Vera, Mann. Hallo. Hallo. Wieso stürmt sie dann so? Okay, und sie ist wieder weg. Und sie ist wieder weg. So, sie so, hi, 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 bye, bye, bye. Oh, warte, jetzt kommt sie wieder. Nee, das macht sie doch. Sie tanzt. Du hast ja damit im letzten Mal schon gesagt, dass wir vielleicht mal folgen sollten. Okay, sie hat Angst. Oh, das ist zu nah. Okay, ich gehe einen Schritt zurück. Okay, also sie tanzt ultra gerne. Ja. Sie kann springen wie, also sie kann springen wie, also sie kann springen wie eine, wie eine, wie eine krasse Bergziege. Oh Gott, sie springt ja wirklich überall rüber. Okay. Und sie bringt uns Sachen, ganz schön. Und sie bringt uns Sachen. Sie ist ja, sie ist ja wirklich sehr nett. So, was wir eigentlich sagen wollten, Becci und ich, wir haben im Vorfeld beschlossen, heute finden wir die Schaufel. Habe ich gehört. Ja. Also wir hatten darüber geredet und wird, hoppala, ich habe den Baum. Genau, wir haben gesagt, wir gehen nochmal ein bisschen Höhlen hier hinten auch erkunden. Wir haben ja hier die, die hier, weiß ich schon gar nicht mehr, war das die Höhle mit den, nee, was war die Höhle hier? War das die mit dem Drucker vor uns? Ich glaube, das ist die mit dem Drucker, ja. Und die dahinter, waren wir da auch schon drin? Warte mal, ich muss mal kurz raus scrollen. Welche dahinter? Da, die da im Norden, so, also da direkt. Da, wo du jetzt hinschaust, da, wo du jetzt hinschaust, ja? Da ist eine weiße Höhle, ja? Und dann meinst du, jetzt dann links bei dem Berg in der Nähe? Nee, 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 die weiße Höhle direkt vor uns, waren wir da schon drin? Achso, ich dachte, das, achso, ja, die, nein. Nein, nein, ich glaube, da waren wir noch nicht drin, glaube ich. Okay, cool, dann gehen wir da jetzt rein. Genau, perfekt. Weil das Ding ist, dadurch, dass wir ja nie diese Zoom-Stufe damals gerafft hatten, damals ist erst gerade mal eine, eine Aufnahme ist ja schon her. Oh, Hasen, ähm, haben wir, glaube ich, ein paar Höhlen einfach so grundsätzlich verpasst erstmal, so vom Prinzip her. Ähm, ich glaube nämlich auch. Ähm, hatten wir noch Trinken mit? Ich guck mal gerade. Oh. Oh Gott, ich meine, im Winter muss erst mal nachladen. Hahaha. Äh, so. Ich hab noch Wasser, ja. Ja, ich nehm mal nochmal mit. Ich find das so schön, dass ich hier das Wasser nicht abkochen muss, ne? Ich find das sehr konfi. Ja, dass wir einfach aus dem Fluss trinken können, gell? Ja. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Ich find das super geil. So, okay, dann gehen wir einfach mal zu der Höhle, die dann da hinten, wenn hier der Drucker ist, dann folge ich dir nun. Ja, kannst du gerne machen. Kannst du gerne machen. Ups. Boah. Tada. Tada. Ja, wie, es ist krass, wie Ork das Spiel performt, wenn ich mal nicht streame und spiele. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, dass es nicht nur, nicht nur am Streamen lag, sondern, dass es vielleicht auch sein kann, weißt du, an den Servern ein bisschen, weißt du, wenn ich für dich connecte oder sowas, ja. Das ist mir vielleicht auch, also hab ich mir nur gedacht, weil jetzt spielen wir ja morgens, ja. Ja. Und beim letzten Mal haben wir ja abends gespielt und ich kann mir schon vorstellen, dass dann vielleicht auch ein bisschen, ich mein, dass mein PC auf jeden Fall mit reinkackt, das ja. Ja, aber sie haben mir dann gedacht, vielleicht ist es dann auch ein bisschen, vielleicht durch die Connection auch noch mal ein bisschen... Könnte sein, ja. ...dass ein bisschen reinspielen könnte. Weidenröschen. Ich mitgenommen. Ich muss den Schlimmen gehen. Ja. Jetzt, wo wir die Tauchhausrissung gehen, hier ist übrigens ein Vorrat-Dings. Mhm. Komme. Mit Energie und Energy. Ich glaube, unser Problem war, also wir haben ja uns mega durch diese krasse Höhle da gekämpft, ich habe aber halt jetzt nur noch einmal Medizin seitdem. Oh, wir haben die Fische, glaube ich, auf dem Lagerfeuer vergessen. Naja, nee, guckt Fisch. Nee, okay, alles gut. Ich esse mal eben einen. Ja. Da ist noch eine Kiste hier. Ja, ich komme sofort. Drucker. Äh, da. Oh, warte mal, wird es schon dunkel? Ja, ja, es wird schon dunkel, wir sollten schnell in die Höhle rein. Ach, guck mal, hier ist auch so ein Opferding. Ah, ja, ja. Ah, guck mal, was ist das? Oh, ein Elektroschocker, lol. Oh, yeah, man, Baby. Holy shit. Holy shit. Wie geil. Gut, okay. Haha. Okay, gut, dass wir hierher gegangen sind. Das ist ja mega. Ja, das ist ja ein cooles Tool. Oh, da freue ich mich schon drauf, gleich alle zu schocken, die uns in den Weg kommen, ey. Mhm. So. Hier ist die Höhle, okay. Ja, gibt es auch noch mal Kisten. Es ist so lustig, wie man wirklich jetzt neue Sachen entdeckt, nur wenn man halt die Karten-Dings... Ja. Weil man, äh, die Karten-Dings da ein bisschen besser gemacht hat. Aber hier waren wir definitiv noch nicht, weil das ist noch zu. Oh, ich bin gespannt. Oh, ich auch. Meinst du, es wird noch mal eine Höhle, wo wir ganz viel kämpfen müssen? Yay! Ich hoffe nicht, war das das letzte Mal schon zu sehen. Oh. Ach, shit, ich habe nur das Feuerzeug, das will ich natürlich nicht. Ähm, so, jetzt. Okay, I'm ready to work. Ah ja, wieder ganz viel Katzenfutter, let's go. Ja, aber Katzenfutter ist ja wirklich super, das stillt den Hunger richtig gut. Ja, ja. Ich liebe Katzenfutter hier in dem Spiel. Ganz ehrlich, gestern habe ich die Katze gefüttert, vielleicht habe ich sie auch heute schon gefüttert, aber, ähm, er kriegt so ein Single-Protein-Dosenfutter und da ist nur Hühnchen drinnen. Okay. Also wirklich so die Leber, Herz und alles und die Kehle, das ist ein bisschen eklig. Aber dann habe ich mir kurz gedacht, Alter, das ist wirklich so eine krasse Protein-Bombe, dieses Ding, ja. Dann habe ich kurz dran gerochen und habe mir gedacht, nein, Becky, wir machen jetzt keinen bisschen davon. Oh, Kira hat das eine Zeit lang auch gebraucht, aber bei ihr war es alles außer Huhn. Bei Huhn war sie so ein bisschen allergisch drauf oder ist so ein bisschen allergisch drauf. Aber, äh, ja, ich fühle das manchmal. Boah, da liegen Schädel, falls du Schädel eins sammeln willst. Ähm, ne, ich habe leider zu viele Schädel. Ich auch. Und zu viel Seil. Was ich auf jeden Fall irgendwie schon als Verbesserung gerade sehe. Oh Gott. Was ist das? Ah, da unten so ein kleiner Mensch. Ach so einer, ja, okay. Ja, komm her, ich habe meinen Elektroschock gerade. Hier oben sind noch Leuchtfackeln. Äh, warte mal, dann werfe ich einfach mal eine. Ja. Weil ich habe sowieso mehr als genug von den Dingen. Es sind zwei... Natürlich mache ich die nicht vorher an. Ich bin immer so schlau. Ich finde, die bringen fast gar nichts, diese Leuchtfackeln. Ja, ich finde, die machen halt... Das ist ein schönes Wachstück, was du? Oh yeah. So. Ähm. Wow. Muss man den jetzt einschalten, den Stock? Ja. Man muss den eben erst anmachen. Wie? Äh, indem man Rechtsklick macht. Ich rechtsklicke. Ach so, ach so, den Stock. Äh, ach so. Ja, nee, keine Ahnung. Einfach, einfach drauf. Ja, ich habe drauf gehauen, aber ich dachte, das ist ein Elektroschock. Das hat der jetzt gerade gar nicht elektrisiert. So, Vorsicht, da ist noch einer. So, ich habe den jetzt geheultet. Was macht denn der da? Uah, aua, der haut nicht. Ach, guck mal, der sammelt Wasser. Der wäscht sich. Ach, guck mal. Ich bin gleich tot hier. Was ist los, Mann? Sorry. Ich wollte, ich wollte dem gerade bei seiner Morgenroutine zugucken. Wo ist er? Hier hinten. Ich sehe nicht. Die sind irgendwie komisch. Die sind irgendwie... Uah! Ah, hey, hallo. Jetzt reicht es mal hier, bitte. Stirb, Junge. Es kann sein, dass ich gleich down gehe. Jetzt müssen wir kurz Medizin nehmen. Ja. Die sind ganz schön heftig. Das sind drei bei dir. Ich bin down. Oh Gott. Die sind ganz schön krass. Eine ist richtig groß gewesen. Ich nehme jetzt meinen... Weil der Elektroschocker ist ja hoffentlich den Arsch. Ich nehme jetzt den Speer. Ja. Gib mal, wo bist du denn du? Ich heb dich erst auf. Ich bin irgendwo hier. Ja, passt. Autschi. So. Wait a minute. Ah, hör auf. Passt. Einer ist down. Sehr gut. Aber ich muss wieder aufpassen. Ja, ich auch. Ja, okay, mit dem Speer gehen die schon schnell down. Ah, ich bin schwer down. Ey, der hat mich nur gestreift. Der ist quasi an mir vorbeigerand und hat mich nur kurz gestreift. Arsch. Alles gut. Ich habe jetzt die Pistole ausgelöst. Müssen wir wieder mega kämpfen? Ich hoffe nicht. Nein. Die ist schnell. So, ich will meine Pistole haben. Ha, nicht mit mir. Vorsicht. Ah. So, den von hinten habe ich down. Ja, der ist auch down. Oh, halleluja, Mann. Was zur Hölle. Da habe ich hart gelitten an den. Dankeschön, Becky, fürs Aufheben. Ja, gerne. Nicht dafür. Okay, ich muss kurz trinken. Ja, mach das. Ich versorge mich auch mal. Ich bin zwar traurig, dass ich die letzte Medizin gerade raushaue, aber es ist, wie es ist. Energiemischung. Ich glaube, ich habe keinen Aloe für Energiemischung. Ich habe noch neunmal. Also ich kann sonst auch für uns einfach... Ja, wenn du mir gerne was droppst. Oder ja, entweder droppst du mir gleich die Energiemischung oder... Ja. Das wäre super. Aber mir fehlt noch ein anderes... Warte, nee. Achso, ich habe jetzt Fleisch. Ich dachte, ich habe Haut von denen genommen. So. Ja, das ist eh Haut. Health Mix. Ja, das ist gut. Warte. Mach da mal noch. Geil. Mann, hör doch mal auf, die zu essen. Ach, so ein Kack, ey. Ich esse diese blöden Blumen die ganze Zeit. Jetzt fehlt mir noch die andere Blume. Warte, aber ich kann hier schon mal einen Energiemix geben. Warte. Warte, ähm. So. Äh. Wie mache ich das denn? Moment, warte mal. Bleib mal hier. Ja? Du, nur ein bisschen hier. So. Wieso kann ich denn jetzt nicht mehr mit dir handeln? Ah doch, jetzt. Warte. Hier hinter dir. Okay, hier. Genau. Wie sage ich dir jetzt... Muss ich dafür auch mein Ding aufmachen? Äh, weiß ich nicht. Warte. Ah ja, jetzt geht das. So, jetzt habe ich sie, glaube ich, entgegengeschmissen. Ja, genau. Ich habe dir auch was gegeben. Ja, danke. Ein Energieriegel. So, und wo ist jetzt dieser scheiß Mix? Hier. Essen. So, ich hoffe, das bringt ein bisschen... ...HP. So, und ich hoffe... Wir waren jetzt hier nicht umsonst drin. Spiel. Tu mir das nicht an. So. Oder beziehungsweise... Hier ist ein Kreuz, Becky. Ich habe ein Kreuz gefunden. Ein Kreuz? Ja, geil. Warte, bevor du da weitergehst. Wollen wir nochmal ganz kurz dann nach links rüber? Ja, aber hier sind... Ja, ja, aber ich würde hier auf jeden Fall die Medizin... Weil hier hinten geht es eh nicht weiter. Ich würde nur die Medizin hier nochmal einsammeln. Hier hinten ist... Photo reference. This is what we're looking for. Ja, ich komme gleich dann nach hinten einsammeln. Ja. Da ist auf jeden Fall Dokumente und so. So, ich komme. So, da hinten ist, wie gesagt, Medizin und alles. Ja, dann gehe ich das vor. Was das Herz begehrt. Schön und tüchig. Hallo, ja. Gab es hier überhaupt irgendwas zum Aufsammeln? Doch hier, das. Ja, das ist so ein E-Mail. This is what we are looking for. Darf ich mal gucken? Achso, das ist da hinten aber. Oder was ist das? Ja, ich glaube einfach nur dieses... Vielleicht geht es da einfach nur um diese... Ja, Dinger, die da halt runterhängen. Komm mal her, Becky. Ich muss dir was Tolles zeigen. Ja. Warte, da sind... Oh, hier ist auch noch so viel Medizin. Ja. Hier, wo ich stehe. Also, ist das, was du hier auch eingesammelt? Oder? Ich glaube, das ist das, was ich eingesammelt hatte, ja. Okay, okay. Warte, ich gucke nochmal. Ah, nee. Ha. Danke dir. Genau. Passt. Okay, dann nochmal rüber. Warte, ich gucke. Weiche. Oh, Mann, ey. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie lächerlich sehe ich aus. Ja, ja. Aber hey, es passt zu deinem... Also, du schaust, könnte es doch ein Pastor sein. Das passt eigentlich. Okay. Ja, cool. So, hab nochmal ein Miel mir reingeziftet. Was brauchen wir das Kreuz? Das ist ja schon mal spannend. Wem zeigen wir das? Vielleicht sind die ja sehr, sehr gläubig hier. Aber hier geht's weiter, Karte, gell? Ah, ja. Oh, Vorsicht. Nee, okay, das war nur ein Stein. Sorry. Oh je. Hörst du das auch? Ja. Oh mein Gott, fettes Vieh. Aber es steckt fest. Oh ja, ich seh's. Oh Gott. Ich hab's einfach gar nicht gesehen. What the heck? Sicher, dass es feststeckt? Ja doch. Sieht so aus. Äh, ist wir da vorbei? Ja, wir können mit einer Zeitbombe, da sind Zeitbomben. Ah ja, dann. Dann wegschwingen. Ist das wahrscheinlich die Idee in dem Fall? Ich glaube auch. Okay, let's go. Äh, wir machen das. Ich grüße das mal aus. Ja, same. Sind wir bereit? Ja, muss ich das einfach nur hinwerfen oder? Ich denke, schon. Ah ja. Okay, passt. Ich hab's geworfen. Ich auch. Doppelt hält besser. Oh. Geil. Guten Morgen. Okay. Mh, lecker. I, i, i. Aber das ist ja heftig. Das ist ja das bisher größte Vieh, was wir gesehen haben. Okay, außerdem in der Höhle da. Das riesige. Ich glaube, das ist sogar dasselbe. Also nicht dasselbe, wie das, was wir dort in der Hand haben. Aber das gleiche Vieh? Die selbe Art, ja. Ah ja. What could go wrong, hab ich gerade freigeschaltet. Ja, ich hab's auch gerade bekommen. Ja, ja. Ich hab noch die nächste Zeit, Tread, bevor sie es selber ausgerüstet. Sehr gut, ich hab die Axt. Vorsicht. Ja. Vieh. Genau, für sowas, den mach ich platt. Ich komm auch nochmal mit der großen Axt. Ah, die sind ja urschnell mit der Axt, sind die ja instant tot. Geil. Da hinten flaggerlackert's. Oh, ich hoffe, da kommt nicht nochmal so ein Riesenvieh, ey. Okay, nochmal kleiner. Kleiner, zwei. Ja, ja. Sehr gut. Oh, mir ist kalt. Ja, mir auch. Vielleicht gleich mal die Fackel ausrüsten oder so. Ja, warte. Äh, haben wir noch eine Fackel dabei? Warte mal. Oh, das geht dir jetzt so schnell mit dem Kalt sein. Bist du narisch? Uff, uff, uff. Schnell, schnell. Ja, du bist nass. Ja, ich weiß. Ich möchte doch. So, ich hab Fackel. Ah ja, warte, ich werd von dir gewärmt. Das ist gut. Wunderbar. Äh, hier liegt noch ein Dokument. Äh. So, äh, guard, my workers are having a lot of trouble getting anywhere inside these caves in complete darkness. Äh, du musst mal ein bisschen. Okay. We need more lightning in there. It's a safety hazard. Light it up like a Christmas tree, Hank. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, Becky. Äh, ich muss zu nah an dich ran. Ich muss mir selbst gerade mal eine Fackel schnell basteln. Weil ich muss mega nah an dir dranbleiben, damit das für mich auch wirkt. Ah, damit's auch geht. Okay, tschuldigung. Alles gut. Äh, so. Sorry. Ich muss auch noch kurz... Wie, ist voll? Was heißt denn das voll? Da hast du eh noch... Vielleicht hast du eh noch eine Fackel. Ich weiß gar nicht, dass die kaputt gehen kann. Ah ja, doch. Die ist eh noch da. Da ist noch Medizin. Ja, warte. Bei dem Dude. Ach, ich muss erst mal anzünden. Das Kreuz liebe ich am meisten, ey. Hehe. Autsch. Ich will gerade eine reingehauen. Nicht, 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 nicht mit der... Bitte. Ah! Hallo! Da ist noch einer. Vorsicht, Becky. Ich bin den zum Brennen. Oh, wunderbar. Ja, der brennt schon. Der ist so, okay, ich stehe dann mal und warte. Also hier. Okay. So. Ai, ai, ai. Ich nehme mal die Medizin noch mit. Oh, Medizin hier. Schluckse. Ah! Hallo! Viechmann! Komm, ich soll wieder. Ja, der... Edini, die sind so schnell. Er hat hier rum. Ah, ja. Arsch mal. Ich habe ihn schon wieder gesehen. Er hat mich schon wieder geboxt. Ah, der ist... Es ist so blöd, dass wir uns wärmen müssen und gleichzeitig... Wir könnten natürlich auch... Warte mal, warte mal, warte mal. Bleib mal kurz hier. Ich... Ah! Jetzt hör mal auf damit. Jetzt reicht es mir. Aber jetzt renne ich hinter dir her, bis du... Das ist ein... Arschkeks, Alter. Es ist mir mega viel Leben ab hier. Und ich habe gerade erst neue, schöne Medizin gemorgen. Hier. Meinst du, ich verbrenne mich? Nee. Aber zieh die Haut gleich an, die du geholfen hast. Warte. Ich habe mich auch ausgerüstet mit... Muss ich erst mal die Haut nochmal finden, da. Sie ist ganz rechts. Äh. Ich bräuchte mal... Ich nehme mal eine Energydose, weil ich ein bisschen Energie brauche, weil es schon so spät ist. Hm? Ah ja, sehr gut. Ich habe auch Energy genommen. Okay. So. Jetzt sollten ja eigentlich alle down sein, hoffentlich. Wunderbar. Das esse ich auch noch. Aber warum müssten wir es jetzt hell machen wie ein Christmas Tree? Das habe ich nicht ganz gecheckt. Weiß nicht. Vielleicht... Ja gut, vielleicht ist es so eine allgemeine, weil... Weil man hier einfach... Oh, shit. Nichts sieht. Oh, lalala. Oh, was haben wir denn hier? In einer Kiste? Menschen? Okay. Das ist schon wieder anders wild. Das sieht schon wieder nach irgendwelchen lustigen Experimenten aus. Mhm. Ich bin ja froh, ich habe ja meinen Gamma und meine Helligkeit ein bisschen hochgestellt. Hä, Becky, da ist irgendein Vieh vor uns. Ah ja, okay. Ich wollte gerade sagen, und jetzt sehe ich endlich mal was. Und jetzt sagt Kati, es ist ein Vieh vor uns? Und ich sehe genau nichts. Also ich habe es nur crawlen sehen. Ah, da. Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Doppler? Weiß ich nicht. Aber er ist mega hässlich. Du bist hässlich. Du musst sterben. Brenn. Du Schwein. Der brennt leider nicht so lang. Ja, ja. So, warte mal. Ich risse mal schnell meine Axt aus. Ja. Boah, Alter. Die machen so viel Schaden. Was brennt der denn so kurz nur? Nein, ich brauche schnell Medizin, komm. Ja, ja. Alles gut. Ich hau an der Weile. Aha. Ah, ist schon tot. Alles gut. Ah, sehr gut. Ah. Holy shit. Arsch. Vielleicht mal gehäutet hier. So, ich warte mal eben, bis meine Health ein bisschen hochgegangen ist. Ja. Okay, hier scheint es aber jetzt nicht mehr so kalt zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Weiß ich nicht. Kannst du sie wegmachen? Ich habe die Fackel weg, ja. Ja, passt. Dann nehme ich auch meine Axt. Ich muss nur... Das liegt jetzt hier auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir die ja so ein bisschen mit... mit Dings machen, mit dem Kreuz abwehren oder so. Ja. Da hinten ist noch eins. Ja, noch ein Doppler. Ich sehe ihn. Beziehungsweise, Leute, wenn ihr einen coolen Namen für die Zwillinge, ich weiß ja auch nicht, habt, dann... Ah, der kann die Wände auch klettern. Ja, ich sehe es. Alter. Wie gruselig willst du sein? Die Zwillinge. Ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, wie ihr... Alter, was ist er für ein Affe? Ich weiß auch nicht. Ich hole mal einen Molotow-Cocktail raus hier. Ja, okay. Geil. Ich schlitz ihn. Oh. Ja, okay. Ich springe halt irgendwo rum. Die haben ein Mumu-Gesicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Vorsicht, Becky. Okay, einen habe ich schon getötet. Ich glaube, einer doch nicht. Oh, ich drücke. Oh, yeah, man. Baby burn, baby burn. Oh, mein Gott. Aber es ist halt dadurch, dass... Dadurch, dass ich hier... Das Wasser ist, ja. ...wird der super schnell wieder... Meine Gesundheit ist schon wieder niedrig, ne? Einen Schlag von dem und ich bin fast tot. Dann... Dann nimm mal die Haut. Heute. Ja. Oder macht ihr... Bastelt ihr vielleicht noch eine Rüstung aus den Knochen oder so? Ja, mache ich sonst gleich auch mal. Weil ich habe halt... Ich habe auch eine Rüstung gebastelt, weil sonst... Wuh! Also hier muss ja jetzt irgendwas richtig Fettes sein. Diese Höhle ist schon wieder voll mit Viechern. Wobei, wir haben ja schon ein Kreuz bekommen. Also vielleicht noch das von uns... Ach so, ja, stimmt. Ich sollte mir die schnell... ...teilen. Oh, Babys. Ja. Die sind down. Ja. Oh, da kommt noch mehr, kommt noch mehr. Oh, vier, fünf. Kein Problem. Ja, aber die müssen wir eh nur einmal drauf hauen. Ja, ja, die sind wirklich... Ich glaube, wir müssen nur aufpassen, dass wir uns gegenseitig nicht hauen. Halt mal jetzt auf. Danke. Okay, ich glaube, das war's. Ja. Wer hat denn die Zeit gefunden, diese aufzuhängen, ey? Oh, Vorsicht. Ja, ich habe schon, habe schon. Hauptsache, die haben alle Atemmasken. Ja, gute Frage. Guck mal, die haben alle Atemmasken. Wir halt nicht, ne? Wir armen Würstchen. Sind wieder Leuchtfackeln. So viel zu, was die Christmas Tree. Ja. Boah, ist das dunkel hier. Ja. Also, wie gesagt, ich bin froh, dass ich die Helligkeit ein bisschen hochgestellt habe, weil ich habe, wie wir letztens, also ich halt gestreamt habe und in den letzten Aufnahmen, ich habe wirklich gar nichts gesehen. Also wirklich nicht. Oh, du auch. Und jetzt sehe ich zumindest ein bisschen was. Schon. Okay. Hoch. Boah, das dachte ich schon, hier ist Ende. Oh, das wäre es ja jetzt gewesen. Ja. Für das Kreuz hier rein, ey. Okay. Boah. So ein bisschen jetzt aus wie das Ende da, als wir die Taucherdings gefunden haben. Mhm. Also das hier haben die gesucht, dieses Erz. Wir können damit halt nichts machen. Ein Schlammschleim-Ding. Ich hätte halt das ganze Gold hier mitgenommen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ist da drinnen alle irgendwas? Ja, gute Frage. Bin auch gerade rüber. Ja, Fledermorse-Jumpscare-Mann. Nicht mit... Ah, da vorne sind zwei. Ja, warte, ich komme. Einer der... Oh, oh Gott. Oh, viele. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich sehe fünf. Okay. Weil ich könnte auch einfach... Die Schauthaus, sind sie beten oder so? Also zwei Hocken? Okay, ich glaube, irgendwas Großes ist hier noch. Hinter uns oder vorn? Kommt. Ah! Oh Gott! Ah! Nimm mir! Oh Gott! Warte, Kassi! Ah! Oh Gott, oh Gott. Warte. Oh Gott. Oh, warte, ich habe seinen fucking Kopf abgeschlagen. Oh Gott, ich bin so tot. Oh shit, oh shit, oh shit. Warte, ich hebe dich schnell hoch. Und dann schnell zurück. Ja, ja, ja. Und dann schnell weg. Einfach mal nur kurz weg. Ich sehe nichts jetzt. Oh Gott, ich kann nicht rennen, weil meine Energy so low ist. Oh, Vicky, Vicky. Wir sollten hier auf jeden Fall ein Zeltmach schnell bauen, um zu speichern. Ja, voll. Willst du mal zurückgehen ein bisschen? Oh Gott, der kommt jetzt nach. Kommt der nach? Ja. Eben kann man nach. Da kommt er. Ja, okay, der rennende passt. Ja, aber das ist nicht so normal. Der andere kommt aber auch noch. Okay, warte. Ich nehme mir die Zeitscheintuhr. Ja, alles gut, alles gut. Den anderen habe ich kaputt gemacht. Okay, ich habe die Zeitscheintuhr, sonst... Ja. Oh, der andere kommt auch. Bist du Deppel? Oh, mein Gott! Ah! Hallo! Hast du sie geschossen? Nein, noch nicht. Okay. Kommt der hier durch? Hat sie irgendwas gebracht? Nee, ich glaube nicht. Aber ist nicht so schlimm. Wir gehen einfach nochmal da ans Ende. Ja. Und bauen uns schnell ein Zelt. Ja. Ja. Oh, meine Güte. Okay. Alle meine Dings runter. Äh. Okay. Ja, mein Mann. Äh, baust du? Ähm, ja, das kann ich machen. Okay. Plane ausrüsten. So, hier. Wo ist ein Platz? Oh Gott, da ist nirgends Platz. Platz, 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 Platz. So, kommt auf jeden Fall erstmal nichts. Ja, ich habe hier nirgends Platz für die... Ah, jetzt. Okay. So. Okay. Stock rein. Sehr gut. So, schnell speichern. Sicher, sicher. Sollen wir nochmal schlafen einfach, damit wir ausgebildet sind, oder? Ja, lass schlafen. Ja, lass schlafen. Okay. Ich weiß gar nicht, respawn die Monster beim Schlafen. Ich glaube nicht, oder? Mhm. Okay. So, warte. Ich nehme jetzt mal Heilung. Ähm. Ich esse den Fisch, nehme Heilung. Kann man gerade... Haben wir geschlafen? Ja, wir haben geschlafen, weil es ist jetzt 7.34 Uhr morgens. Okay. Aber ich hätte eigentlich noch gerne... So. Was getrunken. Wobei, ich trinke einfach wieder ein Energy trinke. Ich habe sonst auch noch Trinken dabei. So. Ja. Ich kann auch noch mal eine Zeitbombe mitnehmen. Aber wir haben auch sonst noch eine Granate. Ja, ich habe auch noch Urviel. Betäubungsgewehr haben wir auch noch. Schleuder, Granaten. So, ja. Pferde und Bogen. Okay, wo bist du? Ich bin hinter dir. Ich schaue nur gerade. Okay, ich bin ready. Ja, ich esse noch kurz, weil ich habe nicht so viel... Also, weißt du, so Stamina. Stamina, ja. Genau, damit ich schnell wegrennen kann. Aber das ist ganz gut. Während Mackie und ich noch etwas Essen und Trinken, machen wir uns bereit auf den Kampf. Und das machen wir dann, seht ihr dann, in der nächsten Folge von The Forest. Wir freuen uns drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Mal sehen, was uns Großes hier in dieser Höhle erwartet. Drückt uns die Daumen, dass wir überleben werden. Und ja, wir verabschieden uns. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Ciao, ciao.